Für kleines Kuchen. Und verflucht mich nochmal gutes Kuchen. Ewan verdient gutes Kuchen. Was wird denn das? Ich pflücke Äpfel. Mit nem Bananenfresser? Was war los? War ein Blitz. Sag mal, bist du noch ganz sauber? Willst du uns verarschen oder was? Wieso denn? Du schwaffelst dir einen ab, kriegst unter Bäumen rum mit nem Neger, bist du total irre? Also, äh... Espin fahrt ihr mal wieder nach Hause. Was sagst du? Er sagt, du sollst hier von Acker machen und nimm gleich fettes Mann mit dich. Jürgen, bring unserem kleinen schwarzen Freund mal bei, wie man sich in diesem Land mit Menschen unterhält. Es reicht. Was soll denn der Scheiß? Ich hatte Stress. Hast selbst geguckt, kam mit Knie, mit Psychopathen-Knie. Er hat auf mich geschossen. Gibt Beweiszeugen, viele Beweiszeugen. Mach das nicht erstes Mal. Er hat auf mich geschossen, Espin. Hast du Entschuldigung, fettes Schwein? Halt deine Backen, sollen wir quatschen, bis es tot kommt? Espin und Holger, bringt ihn hier weg. Das bereust du noch. Und du, du kleines schwarzes Schwein, du bist erledigt. Ein toter Mann. Hallo, du blöd oder was? Ich hab'n Pistole. Jetzt sag mal, spinnst du? Du kannst doch hier nicht so einfach Leute abknallen. Du hast ja selbst geguckt. Bist Beweiszeuge. Er kommt mit der Schulter. Das Psychopathen-Schulter. Verfluch mich nochmal. Dein Rücken. Hör auf damit! Findet! Alles Pistole! Örger!